Hi, herzlich willkommen, Dominik Guilla, mein Name. Freut mich, dass du hier vorbeischaust. Ich stelle dir die Top 100 Bücher aus meinem Leben vor. Dazu eine kleine Story vor ungefähr, oder um genau zu sein, 2007. Dort habe ich meine erste eigene Immobilie gekauft. Es war ein kleines Einzimmerappartement, 14.000 Euro stand dort. Das konnte ich fast nicht glauben, dass man so günstig irgendwas erwerben kann, auch wenn es jetzt ein paar Jahre her ist. Aber das war eigentlich unglaublich, zu schön, um wahr zu sein. Ich habe mich trotzdem dort gemeldet und habe dann erfahren, okay, das ist angeblich tatsächlich so, 14.000 Euro für ein 29 Quadratmeter Einzimmerappartement mit einem kleinen Balkon und einem Tiefgaragen-Stellplatz. Ja, dann bin ich hin, habe das Ganze angeschaut und habe immer noch keinen Haken gefunden und habe dann auch gefragt, okay, ja, ist das noch zu haben? War der Fall? Ging über den Makler das Ganze? Habe dann auch nachgehakt, warum eigentlich so günstig? Weil der Preis war, obwohl es schon ein paar Jahre her ist, auch zu dem Zeitpunkt natürlich sonst deutlich höher für so ein kleines Einzimmerappartement. Dann hat er gesagt, ja, der Besitzer, der muss irgendwie schnell ins Ausland. Ich konnte auch nicht die Gründe erfahren, warum. Also er hat sich ein bisschen dodgy angehört, aber habe mir gesagt, okay, solange das alles mit rechten Dingen abläuft, werde ich dort einfach die Chance nutzen und zuschlagen. Gemacht, getan. Ich habe wirklich gesagt, okay, will ich haben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 10.000 Euro angespart. Damals war ich 22 und habe mir gedacht, hey, total geil, will ich haben, will ich dann vermieten, damit ich monatlich Mieteinnahmen habe, gucke, wie ich die restlichen Euros da noch zusammen bekomme und habe dann auch irgendwie gelesen, dass der Kaufpreis ja nicht sofort fällig ist. Das heißt, ich war komplett blauäugig. Ich wusste noch gar nicht, wie das Ganze funktioniert, wusste gar nicht, wie die ganzen Sachen ablaufen und habe auch tatsächlich zu dem Notartermin selbst das, was ich hatte, schon mal in bar mitgebracht, die 10.000 Euro, weil ich gedacht habe, da wird sofort eine Anzahlung fällig sein. Dann beim Notar gesessen und da war auch der Eigentümer da, wollte immer noch nicht mit der Sprache rausrücken, warum er da so schnell verkaufen muss und dann hat der Notar auch aufgeklärt, hey, ja, dort gibt es eine Auflassungserklärung im Grundbuch und das stellt natürlich sicher, dass eine Immobilie nicht doppelt verkauft werden kann und so weiter. Alles, was ich absolut nicht wusste, wurde ich dort zum Glück aufgeklärt beim Notar und habe natürlich dann auch davon abgesehen, irgendwie das Geld in Cash direkt auf den Tisch zu legen, sondern wirklich erstmal abzuwarten, bis das natürlich seinen korrekten, formalen Gang geht, damit ich dort auch nicht in eine Falle tappe, gerade deswegen, weil es so günstig ist. Dem Eigentümer, dem habe ich gemerkt, dem gefällt das nicht so, der wurde sichtlich nervös, wurde immer unruhiger und hat aber am Ende wirklich auch nach der Aufklärung des Notars trotzdem gesagt, okay, er unterschreibt auch den Kaufvertrag, obwohl er nicht gleich das Geld haben kann, aber der wollte definitiv eigentlich gleich das Geld haben. Gemacht, getan, unterzeichnet, dann ging das Ganze seinen Weg, dann habe ich auch noch erfahren, okay, da gibt es auch noch Grunderwertsteuer, wo ein bisschen was anfällt, da gibt es auch noch die ganzen Notargebühren, also ihr merkt schon, dass ich wirklich eigentlich gar nichts wusste und absolut ins Blaue gelaufen bin, aber trotzdem unbedingt meine erste eigene Immobilie, in dem Fall ein kleines Einzimmer-Apartment haben wollte. Jahre später bin ich auf ein Buch gestoßen, das mir dort einiges erspart hätte an Sachen, in die ich in diesem Fall zum Glück größtenteils nicht reingetappt bin, aber in die ich eigentlich in dem Fall überall reingetappt wäre, wenn wir nicht in Deutschland dieses System hätten, das ein Notar natürlich nochmal bei dem Termin auch aufklären muss. Und da wäre ich natürlich mega dankbar drüber gewesen und zum Glück war es aber so ein kleiner Betrag, die Immobilie. Das Buch nennt sich, hier neben mir liegt es schon, auf meinem Buchkoffer, ihr seht es hier wahrscheinlich, spiegelt ein bisschen, die Do-It-Yourself-Rente nennt sich das Buch. Immocation heißt das ganze Projekt von dem Stefan Leubel und dem Markus Lücke, Marco Lücke, die das Ganze aufgesetzt haben, passives Einkommen aus Immobilien zur Altersvorsorge. Das ist ein Buch, was mir Jahre später in die Hände gefallen ist, wo ich mir gedacht habe, hey, so viele geile Tipps hier drin, so viel guter Input hier drin, das ist wirklich das, was ich gebraucht hätte zu dem Zeitpunkt. Inzwischen ist es nicht bei dem Ein-Zimmer-Appartement geblieben, sondern es ist auch noch was dazu gekommen, das heißt, hat sich definitiv gelohnt, dass das Buch mir zumindest später in die Hände gefallen ist und dort ist wirklich alles mit drin, das heißt, es geht hier los, Konzept, Vorbereitung, Grundlagen für den Kauf einer Wohnung als Geldanlage. Das ganz wichtig, hier geht es darum natürlich, eine Wohnung als Geldanlage sich anzuschaffen. Das heißt nicht, um in der Immobilie selbst drin zu wohnen, sondern hier ist wirklich der Fokus drauf, wenn man damit natürlich sich ein Nebeneinkommen sozusagen aufbauen will und damit gleichzeitig natürlich auch für später, zum Beispiel, wenn man schon ein Tick älter ist, vielleicht auch für die Rente vorsorgen will oder jünger ist und einfach jetzt schon einen Grundstein setzen möchte. Geht dann weiter mit Immocation-Konzept, wie funktioniert das Ganze, die Grundidee, wie funktioniert auch eine Geldanlage über eine Immobilie, das wirklich umzusetzen, suchen und finden, wie finde ich die passende, was ist dort die entsprechende Lage, nach der ich schauen muss, was ist so, ja, letzten Endes das Umfeld von der ganzen Immobilie, ist das in einem dubiosen Umfeld, ist das wirklich vielleicht so im Speckgürtel der Stadt angesiedelt oder ist das wirklich direkt schon beim Stadtkern, davon hängt natürlich maßgeblich der Preis ab, wie ist die Anbindung der öffentlichen Verkehrsmittel und so weiter, ist es vielleicht sogar eine Unistadt, wo ich gut an Studenten vermieten kann oder gegebenenfalls auch eine WG draus machen aus dem Ganzen, wenn es ein bisschen größer ist als das, was ich mir damals 2007 gekauft habe. So geht es dann weiter, Gebrauchsanleitung für den Wohnungskauf, wie funktioniert das Ganze, wie rechne ich auch den Cashflow, was so eine Immobilie erzielt, wie ist die Kalkulation für eine Kaufentscheidung, wie kann auch eine Finanzierung aussehen, wenn ich eine Finanzierung machen muss oder möchte, wie ist die ganze Kaufabwicklung auch mit Notar, Kaufvertrag, Notartermin, Eigentumsübergang, also wirklich alles hier drin, was ich damals noch nicht wusste mit Anfang 2022. Das Buch lege ich dir ans Herz, wenn du dich dafür interessierst, eine Immobilie zur Kapitalanlage anzuschaffen. Völlig egal, ob es so wie bei mir wirklich dieses kleine Einzimmerappartement ist, ob es eine größere Wohnung ist oder vielleicht sogar ein ganzes Haus, weil du dort vielleicht mehr Kapital hast und ganz anders einsteigen kannst. Bei mir war es so, ich habe mir das Geld, was ich damals zur Verfügung hatte, diese 10.000 Euro wirklich hart erarbeitet. Das war schon während der Realschulzeit noch, bevor ich dann doch noch später mein Abi draufgesetzt habe, war es schon immer so, dass ich in dem Fall Hausmeisterdienste gemacht hatte. Und ich erinnere mich noch, das waren noch D-Mark-Zeiten, wo ich eingestiegen bin, damals zu 6 D-Mark. Das war ganz am Anfang und dann ging das Ganze immer weiter, hat sich gesteigert. Am Ende war wirklich schon in der 5. Klasse, glaube ich, wo ich dort angefangen hatte zu arbeiten, die ersten kleinen Nebenjobs zu machen, natürlich noch unter der Hand, später dann auch offiziell das Ganze. Und am Ende aber auch, als ich auf dem Gymnasium war, habe ich auch so Geschichten gemacht, wie Hausmeisterdienste morgens um 3 im Winter aufstehen, Schneeschippen. Damals habe ich dann 20 Euro auf die Stunde erhalten und habe mir ja das wirklich hart erarbeitet. Und deswegen wäre es extrem schade gewesen, wenn das Geld futsch gewesen wäre. In dem Fall hat es zum Glück geklappt. Und um ganz ehrlich zu sein, mit allen Nebenkosten, die noch oben drauf kamen, lag ich am Ende diese 14.000 Grundpreis bei rund 17.000 Euro. Und dafür hatte ich meine erste kleine Immobilie, die ist heute noch vermietet. Das heißt, ich habe damals angefangen, die zu vermieten. Noch relativ günstig zu dem Zeitpunkt. Inzwischen liegt dort die Monatsmiete sogar bei 480 Euro warm. Und wenn ich das Ganze hochrechne, ich meine, das ist inzwischen gut über, tatsächlich 2007, über 15 Jahre her, seitdem ich es vermietet hatte. Also war definitiv ein guter Kauf. Dafür Daumen hoch. Genauso Daumen hoch, wenn dir das Video natürlich gefällt oder du hier den Channel abonnieren möchtest, weil du wieder ein Update bekommen willst. Denn gerade zum Thema Immobilien werde ich immer wieder ein Buch vorstellen. Da habe ich mehrere Bücher gelesen. Und eins meiner Favorite Books ist hier die Do-it-yourself-Rente, passives Einkommen aus Immobilien zur Altersvorsorge, weil in dem Buch wirklich alles sehr, sehr kompakt zusammengefasst ist. In einem einzigen Buch, wo ich mega dankbar damals für das Wissen gewesen wäre. Damit viel Spaß bei deinem eigenen Investment. Du findest auch nochmal den Link, alle Infos natürlich unten in der Beschreibung. Alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.